Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy X. Es ist irgendwie mitten in der Nacht, aber wir machen noch einen Part. Ich bin jetzt nochmal zurückgegangen, weil ich gesehen habe, dass ich eine Truhe übersehen habe auf dem Weg mit drei Level 1 Sphäroiden. Die sind für das Phärobrett ziemlich wichtig, weil ich diese ganzen Sperren hier aufheben möchte eines Tages. Diese Level 1 Sperren hier. Also hat sich der Rückweg gelohnt. Auf dem Weg habe ich ein bisschen trainiert, deshalb ist Auron jetzt einen Schritt weiter. Und Lulu auch, Tidus auch, hat hier Gemacher gelernt. Und Yuna ist ein Stückchen näher an Vitra dran. Kimari ist einen Schritt weiter, Waka ist einen Schritt weiter. Des Weiteren habe ich Ausrüstung verkauft und Ausrüstung gesammelt. Ich habe ein bisschen umgerüstet. Er hat hier sein altes Schwert mit Gemachschlag, weil ich weiß, was gleich kommt. Er braucht mal den Gemachschlag. Und er hat seinen Datenball mit Stromschlag, den wir auch gleich benötigen. So. Dann würde ich mal sagen, los geht's. Let's the driver know when you're ready. Riding a shoepuff isn't that much fun. How little you know. Some things little boys never grow out of. Right? The merchants here are wily. Pick your shop well. Let's the driver know when you're ready. Nach dem Turnier von Luca wollte ich gleich zurück nach Bewell. Doch die Bürgerwehr hatte die Straße abgeriegelt und ich saß fest. Meine Pläne sind völlig durcheinander. Das geht mir echt auf den Weg an. Willkommen, verehrter Herr. Sie haben eine gute Wahl getroffen. Wenn Sie bei uns einkaufen, sind Sie alle problemlos. Ja, er hat hier halt die Standardsachen. 100 für eine Portion, ey. Ja, klar. Bei Walker zahle ich die Hälfte. Ja, diese Hitzeschlag-Kälte-Schlagsachen interessieren mich relativ wenig. Denn es kann auch zum Nachteil werden, wenn wir ein elementares Wesen angreifen und ihn dadurch wieder heilen. Hallöchen, Süßer, du hast viel Glück. Wir haben Sonderangebote ohne Ende. Ich kann dir einen Batzen-Robot geben. Wieder den gleichen Standard-Shit hier. Ja, klar. 92 für eine Portion und dann eine Phoenix-Veter, 185. Ey, ich zahle bei Walker 100. Oh, du verlässt mich schon und komm bald wieder. Na klar. Nee, garantiert nicht. Gut, dann fahren wir mal rüber, würde ich mal sagen. Vielleicht sagt Auro noch was Neues? Nicht die friedliche Szene dich schulden. Sehr gefährlich in der Nähe von Schnu-Bla-Bla und so weiter. Du hier oben. Diese Maschine soll gegen die... Ja, die hatten wir auch schon. Okay. Ich habe Angst, das zu vergessen, aber wir fahren einfach mal los. Rides, Ischupov? Jo. All aboard! Jetzt kommt eine richtig schöne Katzen gleich. Hey. Huh? Take a look. What? Whoa! A sunken city. A Machina city. A thousand years old. They built the city on top of bridges across a river. But the weight of the city caused the bridges to collapse, and it all sank to the bottom. Right. It's a good lesson. A lesson? Yeah. Why build a city over a river, yeah? Uh, well, it would be convenient with all that water there. Nope, that's not why. They just wanted to prove they could defy the laws of nature. Hmm? I'm not so sure about that. Yevon has taught us. When humans have power, they seek to use it. If you don't stop them, they go too far, yeah? Yeah, but don't you use Machina too? Like the stadium and stuff, right? Yevon, it decides. Which Machina we may use, and which we may not. So what kind of Machina may we not use, then? Remember Operation Meehan? That kind. Or war will rage again. War? More than a thousand years ago, mankind waged war using Machina to kill. They kept building more and more powerful Machina. They made weapons so powerful, it was thought they could destroy the entire world. The people feared that Spira would be destroyed. But the war did not stop. What happened then? Sin came, and it destroyed the cities and their Machina. Yeah, the war ended, and our reward was sin. So, sin's our punishment for letting things get out of hand, eh? Man, that's rough. Yeah, it is. But it's not like the Machina are bad. Only as bad as their users. It's because of people like the out-bed screwing everything up. Ah, what could that be? Sit down. Sorry. The Albert! Luna, I'll save you! Und zwar fangen wir an mit Hast. So. Und du fängst an mit Mit dem Typ, wenn es denn was bringt. Wie viel hat der 4000? Okay, ne, ne, okay. Mal sehen, wie er reinhaut. Ah, okay. Ist ein bisschen übervorsichtig, aber ich werde Tilos gleich heilen. Dann werden wir noch einmal ein Retreativ machen. Okay. Mal gucken, ob es das bringt. Wir haben ja jetzt den Stromschaden noch mit auf unsere Waffe bei Wacke. Und wieder Zeit zu heilen. Ich weiß nicht, weil angeblich soll jetzt noch eine stärkere Attacke irgendwann kommen. Wenn er denn überhaupt so weit kommt. Ist ja ein Witz. Minenangriff, okay. Ich kann den ja leider ja nicht anstrengen irgendwie. Schade. Dann müsste er jetzt schon tot sein. Habe ich alles schwerer in Erinnerung. Na gut. Und ne Mega-Phoenix. Hammer-mäßig. Are you hurt? No, I'm fine. Oh! Oh! Gah! Those Albed! Isch everybody okay? I'm sorry. We're all okay now. Nina. Oh! Super full speed ahead! Hehehe Ah, so the owlbed are behind that. Those sandblastic grease monkeys. Hey, Wakka. It's no use complaining about the owlbed now, right? We'll protect Yuna from anyone, anywhere. It's that easy. That's all I need to know. Well, I guess so. You're right. And we're here. Okay, let's talk about a woman. That's also Lady Yuna. Aha, I understand. Kein Wunder, dass die Albetis auf eine so wichtige Persönlichkeit abgesehen haben. Yup, was sagst du dazu, Kimari? Kimari fail as guardian on Shubov. Kimari never fail again. Kimari fail as guardian. Ich bin ein Idiot. Ich bin ein Idiot. Ich bin ein Idiot. Da wäre schon immer so schön. Es wird wahrscheinlich mehr davon ausgewogen. Kau, bitte? Es sieht aus wie wenn wir hier für ein paar Zeitạp stehen. m wie wir es wenn es aber was gab es nur durch die anwesenheit eines mediums scheint die leute es geht mir zu schnell vielleicht konnte er pause drücken wenn er nicht lesen wollt lassen nur durch laufen was sehe ich denn da ein albert lexikon 12 schön alle m sind als ihr habt eine magina der albert zerstört sehr gut seit gesegnet von jedem wir müssen die wache verstärken damit die albert nicht hier herumlongern die albert sind hinterhältige ratten die ihre schielaugen hinter brillen verbergen wir sind aber ziemlich gemein schlafen tut er schon warten wollt ihr bis er erwacht so viel zeit habe ich nicht was sagst du ich hatte mich gewundert warum auf dieser seite des flusses keine heiz abschneider sind aber ich mich versah hatte ich von den typen dort schon tonnenweise zeug gekauft was er hatte billigere preise als die anderen aber irgendwie ist er mir nicht geheuer das ist doch ganz lustig oder nach fünf jahren endlich sah ich meine tochter die mir von sinn genommen wurde wieder ich muss schon sagen ein wundersamer ort dieser wadessalam ja das ist das nächste gebiet in dem in das wir reisen werden ich habe meine tochter wieder gesehen jetzt kann ich jederzeit in ruhe in zerbüßung ich glaube nicht dass sie schon stürmen ach kicken wir hier kann ich albert kann ich blitzbeispiel anwerben krass warte mal den auch lady un erscheint eingetroffen zu sein man spürt förmlich die erregung des volkes das große erbe des vaters und zudem vom volk geliebt geradezu perfekt oh verzeihung vergessen sie mein gerede sie werden kurze mehr erfahren gerade salam ist ganz in der nähe doch auf dem weg sind viele monster ich gebe euch den rat gut gewappnet zu sein bevor ihr aufbrecht ich werde den pilgern die den tempel von gerade salam besuchen geleitet gewähren und älter jetzt muss ich entscheiden ob ich beide bürger werden weitermachen oder nicht ich wollte die sache immer besser mit jemandem reden aber ob das richtig ist mein eigenes leben muss ich wohl selbst ja mir war glaube ich ganz gut wenn wir das mal vor Tag abschließen haben bereits die maximale anzahl von acht spielern jemand vom team nehmen ne dann nicht ne dann nicht ne dann nicht schade ok ich muss mal ganz kurz nachschauen wie lange ich schon aufnehme kleinen moment kleinen moment und ja ok wir können noch weiter aber nicht mehr lange aber nicht mehr lange haben wir sehen jetzt aufpassen richtig cool viel spaß was das das ist das sein hier hier wir hier 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 Ah, ich dachte, dass ich da fertig war. Riku, du bist Riku. Hey, du bist okay? Wie bist du? Terrible. Ja, du bist nicht so gut. Was ist passiert? Du hast mich verletzt, weißt du? Oh, das Machina? Das war du? Oh, das ist wirklich so gut, du weißt. Du großartig. W-w-wait, aber du hast uns attackiert. Nuh-uh, das ist nicht genau das, was du denkst. Yo! Friend of yours? Uh, you could say that. Pleased to meet ya, I'm Riku. Yuna, Lulu, I told you about her, remember? She was the one who helped me before I was washed up on the same. She's in our bed! Ah! Wow, so you're like all your life. What luck meeting here, huh? Praise be to Yevon. So, uh, Riku, you look a little beat up. You okay? Uh, Wakka. Huh? What? There's something we need to discuss. Oh, go ahead. Girls only. Boys, please wait over there. Right. Sorry, Wakka. Huh? What? Ah. Bisschen durchgeknallt, aber echt gut drauf. Sir Oren, I would like Riku to be my guardian. Show me your face. Huh? Look at me. Oh, okay. Open your eyes. As I thought. Um, no good? Are you certain? A hundred percent. So, anyway, can I? If Yuna wishes it. Yes, I do. Riku's a good girl. Riku's a good girl. She helped me a bunch. Mm-hmm. Well, I'm for it. The more the merrier. Right-o. Then I'll just have to be the merriest. It was strange. Even though Wakka had always hated the Albed. Riku, at your service. He never realized, Riku was one of them. Tja, das ist schon ein Ding, ne? Wenn man das nicht merkt. Heyho, alle zusammen. Ja. Hier haben wir unsere neue Charakter. Unseren neuen Charakter, Riku. Erste Mal, wo wir eigentlich klauen und benutzen können. Haben wir ja mit ein paar anderen schon gelernt gehabt jetzt. Aber, es ist eigentlich ihr Hauptding. Und ja, sie startet halt hier. Ne richtig... ...coole... ...ähm... ...Befährtin. Ziemlich lustig. Ziemlich durchgeknallt, aber... ...ja. Ich freue mich, dass sie endlich dabei ist. Gehen wir gleich nochmal speichern. ...und dann werde ich einen Cut machen. Ja. Wobei, da kommen jetzt noch die Tutorial-Kämpfe, ne? Dann nehmen wir die noch mit. Klar, Moment. Entschuldigung für den doppelten Weg. Ist mir gerade entfallen. Oh, ein Schatz-Kämpfe! Ja. Ich wundere, was drin ist. Schatz-Trohn im Kampf. Mit Spezial- und Planen kann ich so lernen. Zack. Ne Bomberseele. Zweimal. Dankeschön. Ja. Ja. Du solltest wissen, dass ich schrecklich bin, wenn ich verrückt bin. Ich werde das Item, das ich gerade auf dich hatte. Du wirst dich entschuldigen. Und Rico hat Ekstase-Technik basteln. Das heißt, sie kann aus Items verschiedener Special-Sachen basteln. Ja, ich werde jetzt nicht die Bomberseele... Aber was hatte ich gerade bekommen? Hier unten. Bomberseelen sind wie viel zu... ...krass. Nehmen wir doch lieber was, wo wir eh zu viel haben. Aber es müsste ihm auch Schaden zufügen. Also nehmen wir einfach zweimal und ab das Wind. Gucken wir mal, was dabei rauskommt. So. W-w-w-was hast du gerade gemacht? Das... ...was großartig! Ich kann die Item kombinieren und sie so benutzen. Es ist nicht so schwer, wirklich. Zumindest nicht zufügen. Hm. Hm. Nee, gut, dann gehe ich jetzt speichern. Du hast es. Bäh-w-w-w-w-w-w. Nach wie vor eine sehr schöne Gegend, wenn man mal vergleicht mit dem Funguspass, wo alles einfach nur so kattbraun war Ist das doch echt entspannt mal durch so einen Wald zu latschen Ähnelt ja sehr dem Killikerhain, finde ich Aber das ist durchaus positiv gemeint Gut, dann wünsche ich euch alles Gute, wir haben jetzt gerade 3.57 Uhr, Halleluja, 4 Uhr Ja, ich habe nachts nichts zu tun, deswegen nehme ich dann nachts auf Ne, ist ja Urlaub, ist okay Und ja, dann bis zum nächsten Mal Leute, alles Gute, ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht und auf Wiedersehen, ciao